Nein, nicht in den Gulli! Nicht in den Gulli! Er hält sein neues iPhone hier in den Gulli! Freunde, das hier ist das iPhone 11. Nein, es ist nicht das iPhone 11. Weil ich hab... ich hab nicht genug Geld für das iPhone 11. Spendet mir eine Runde Mitleid, Freunde, und lasst ein Abo da, ja? Für jedes Abo bin ich ein bisschen glücklicher. Oh, mir geht's ja schon gleich besser. Freunde, wie ihr mitbekommen habt, ist vor ein paar Tagen das iPhone 11 rausgekommen. Und wie man es so kennt, gibt es schon zahlreiche Videos im Internet, wo irgendwelche Leute das Handy fallen lassen und kaputt machen. Nach so drei Tagen. Gibt jetzt schon mal einen Applaus für diese Kollegen, die das immerhin bekommen. Aber da gucken wir uns heute die besten Videos an. Freunde, ich laber nicht lange. Es geht rein in dieses Video! Ich möchte mich laut artikulieren, weil Tetrick sitzt neben mir und der muss sich ja auch verstehen. Hörst du mich, Tetrick? Hast du was gesagt? WTF? Hä? Okay, Leute, es geht los. Ketchupflasche und ich schauen uns jetzt diese Videos zusammen an, weil das sind Videos, bei denen man durchdrehen könnte. Ich habe schon mal auf so ein paar Clips reagiert, Freunde. Wie gesagt, da kriegt man Panik. Wie geht's los? Oh no. Genau, das ist auch eine gute Idee. Ihr kennt ja alle diese Müllaufsammler mit diesem Müllpixgerät, mit dem Handy über der Toilette. Warum tut man das? Warum? Löwe, warum tut man das? Weil die komplett hübsen sind. Ja, weil die dumm sind. Korrekt, Löwe. Löwe hat es hier nochmal einmal auf den Punkt gebracht, Freunde. Ich komme nicht drauf klar. Es kann doch entweder, es geht gut, dann hast du nichts davon gewonnen. Du bist einfach nur ein bisschen Risiko eingegangen oder es geht schief. Ja, dann fällt das Handy ins Wasser und du hast kein Handy mehr. Das ist, äh, da fällt mir nichts mehr zu ein. Oh no. Und der Punkt fällt rein. Was? Ja, oder hier. Hältst du übers Wasser, wo krasser Wellengang ist? Ja, da könnte eine Welle kommen. Das ist, das ist, also das ist, das hat nichts mit irgendwie übernatürlichen geistiger Aktivität oder mit richtiger Schlauheit zu tun. Das ist, das kann sich jedes Kind denken, dass da eine Welle kommen könnte und, ähm, dich erwischen könnte. Okay, komm. Okay, komm. Okay. Ich will ein Funkchenchen. Oh, mein Gott. Ist das iPhone 11 wasserdicht? Bei denen wäre das ja auch scheißegal, aber bei dem Handy, ich weiß jetzt nicht, ob das ein iPhone 11 war, auf jeden Fall. Klar, jongle ich mit Handys über dem Pool. Klar mache ich das. Wir springen in den nächsten Clip. Was machst du? Er hält einfach nur ein Handy mit seinen Fingerspitzen über dem Balkon. Wenn es runterfällt, ist es kaputt. Nur zur Erinnerung. Bro, ja, ich, von mir zu dir, wenn es runterfällt, ist es kaputt. Das war absichtlich. Und er hat es gefangen. Glück gehabt. Wow. Äh, Playbutton? Was ist das? Random Party. Ja, das ist eine Random Party. Das höre ich auch. Wird mal wieder Zeit. Okay. Weitere Musik. Das war's. Okay, Freunde. Danke, Playbutton, für diese Random Party. Ein kurzer Applaus. Playbutton, du bist der Beste. Danke, Playbutton hat mir wieder Gast gegeben. Ihr habt euch lange die Random Party gewünscht. Freunde, passend dazu ist natürlich heute das Random Party Shirt an, Freunde. Wenn ihr auch Bock habt auf das Random Party Shirt im Elmargo Shop, könnt ihr es kaufen. Erster Link in der Beschreibung. Oder einfach www.elmargo.shop einnehmen. Okay, es geht weiter. Okay, was macht sie? Wir sind in einem Hochhaus. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Okay, Freunde. Trau ich mich das? Oh mein Gott, ich bin krass. Wow. Habt ihr das gesehen? Okay, mehr trau ich mich aber nicht, weil ich würde es bereuen, wenn ich es fallen lasse. Ich würde es wirklich bereuen. Oh mein Gott, ist das tief. Im Fahrstuhl. Nein. Tu es doch nicht. Tu es doch nicht. Tu es doch nicht. Was ist, wenn jemand denn schnell auf ihre Hand oder sie anstupst und klackt? Fällt sie es? Ja, sie lässt es fallen. Sie lässt es ihr fallen. Ne, tut sie nicht. Okay, das hat echt Eier. Okay, sie lässt es hier über dieser ganzen Brücke fliegen. Nein, nicht in den Gully. Nicht in den Gully. Er hält sein neues iPhone hier in den Gully. Und wir sind jetzt gespannt, ob es fallen ist oder nicht. Ketchupflasche ist auch gespannt. Okay, es ist gut gegangen. Ja. Ich finde das Geräusch mega eklig. Keine Ahnung, warum ich das mache. Ja, dann tut das doch nicht, wenn das so schlimm ist. Dann lasst es doch einfach sein. Okay, hier über eine Autobahnbrücke. Ähm. Okay, was war das? Sie lässt es gleich fallen. Nein, tut sie nicht. Okay. Wieder in den Gully. Okay, sie hat das mit dem Band gesichert. Okay. Oh mein Gott, die Exhilaration. Oh mein Aschlin. Okay, okay. Die Sachen gehen hier aber gut. Hier über dem Grand Canyon. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo hat er es jetzt hier? Bei dem Zug in dieser Lücke daneben. Freunde, wir machen ganz kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Marge. An das Kanalmitglied. Games Test for you. Hashtag Game Time. Ehrenmann auf jeden Fall, dass du Kanalmitglied bist. An Idrina1487. Und an Lara Brändlin. Wenn du im nächsten Video... Er hat den ersten Kommentar im letzten Video dazu geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar. Oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar, Freunde. Ihr wisst, wie der Hase rennt. Wie der Hase läuft. Wir springen ins nächste Video. Und zwar sehen wir hier einen Jungen, der sein orangenes iPhone in den Gully hält. Und der wird von hinten angestoßen von seinem Freund. Genau das meine ich, ja. Also es kann ja cool sein, ey, guck mal, ich kann das da halten. Und so ist ja gut und schön, wenn du das kannst, ja. Und wenn es dir nicht runterweckt. Aber wenn dich von hinten einfach jemand kurz anstößt oder du einen Schreck bekommst oder ein Auto in der Nähe hupt und du einen Schreck bekommst, ja, dann ist es weg. Und jetzt liegt es da im Gully. Stark. Das muss jetzt zu Hause erstmal Mutti beichten. Guck mal, ich hab mein Handy in den Gully fallen lassen. Der Junge kann sich auf eine lange Zeit Hausarrest freuen, ja. Also der, äh, Hausarrest, gibt man, trägt man überhaupt heutzutage noch Hausarrest? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf eine Zeit ohne Handy freuen wir uns nicht. Ähm, ja, weil, äh, ich weiß nicht, ob seine Eltern ihm direkt ein neues kaufen. Das glaube ich wohl eher nicht. Ob der Kleine schon sein eigenes Geld verdient, das bezweifle ich auch. Also an dieser Stelle sehr gut gemacht. Okay, Freunde, wir gehen wieder hier an den Klippen oder so. Warum tut man das? Ja, manche Leute klettern irgendwelche Klippen oder Berge hoch, um eine geile Aussicht zu haben, um da was, äh, zu trinken zusammen oder einfach um eine schöne Zeit zu haben. Und manche klettern auch hoch, dann ihr Handy über die Schlucht zu halten. Ja, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Und wenn was passiert, ja, ärgert man sich. Das macht irgendwie in meinen Augen keinen Sinn. Genauso wie es keinen Sinn macht, dass ich andau diese Ketchup-Flasche in diesem Video. Schüttel. Ja. Ja, ganz cool bist du. Ja, das ist doch gar nicht da drüber. Das sagt gar nicht da drüber, also. Oh mein Gott, das ist... Und die steht direkt hinter ihr. Wenn das ein Arschloch-Freund ist und sie kurz mal so anstupst oder so, dann ist das Handy weg. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Aber wo macht sie das, hä? Das ist doch ein Aquarium gewesen. Ah, bitte fällt sie runter. Irgendwie hoffe ich inzwischen, dass es runterfällt, weil die irgendwie selber schuld sind. Okay, es geht gut, es geht gut. Freunde, ähm, ja, das langt erstmal, muss ich an dieser Stelle sagen, weil mein Herz macht das nicht mehr lange mit. Genau, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn mehr Random Partys kommen sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und Freunde, lasst ein Abo da, wenn ihr gerne das iPhone 11 haben wollt, ja. Äh, wenn ihr ein Abo da lasst jetzt, dann werdet ihr, äh, werdet ihr dieses Weihnachten ein iPhone 11 bekommen. Lasst ein Abo da. Ja, okay, macht nur noch Spaß. Freunde, das war's mit dem Video. Checkt auch unbedingt den Merch ab. Freunde, ihr wisst, das El Margo-Merch, der beste Merch der Welt. Ähm, mit Löwe, mit Margang, mit Random Party. Hier kommst du auch zum Shop. Hier kannst du mich jetzt abonnieren. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klick dich durch, sagt, wie sein richtiger Margangster. Wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Euer El Margo. Euer El Margo Euer El Margo.